Da, die Rents. Oh mei, da läuft die dann in den Nackgetei, da vorn. Sieht man da überhaupt was? Ui, ganz schön steil. Mega geil, die Rentsch. Gehen wir mal wieder zurück zum Platz, zu den anderen. Bei der Luft, da wird stoned. Gehen wir mal wieder zurück. Gehen wir mit dem Handy an. Jetzt erst mal baden. Mit dem Handy. Das wird jetzt versenkt. Alles stoned. Shit. Chillisch. So. Mit dem Handy schwimmen. Ich versenk's jetzt. Gehen wir. Drecksteil. Bin ich erstmal für eine lange Zeit handylos. Könnte ich auch mal wieder brauchen. Handyloses Leben, bestes Leben. So ein Leben war jetzt wie ein 90er. Mit dem alten Nokia. Ja. Oh Junge. Alles stoned. Ich schwör. Außer hier. Was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Wie viel Uhr? Steht nichts. 12.14 Uhr. Bald mal was essen. Aber erst Abkühlung. Damn. Stimmt. Ich hab ja ein Handy. Ich dachte ich hab's versenkt. Aber ich muss es mal versenken. Damn. Sch tearschen. Schrappen. Schrappen. Verw've gott. Oh, schuck. Shit, man, so schön klares Wasser. Mal nur was. Super klares Wasser und die Wolke kommt. Damn! Damn! Geil! Eine Muschi! Geilo, Alter! Ich hab endlich meine Muschi gefunden.